Ich bin fast sicher und klar, Ausnahmen bestätigen die Regel, auch hier, dass du schon mal vor der Entscheidung standest, welche Trendlinie ist jetzt die richtige, welche Trendlinie nutze ich jetzt bzw. welches Level ist das, wo ich meinen Einstieg oder meinen Ausstieg planen möchte. Und dieses Video soll dir helfen, deinen gesamten Tradingansatz, es ist egal welchen Ansatz du handelst, ob Volumentrading, Smart Money Concept, Price Action, mit Indikatoren ist es komplett egal, weil dieses Video Informationen enthält, die du mit extrem großer Wahrscheinlichkeit noch nicht gehört hast, weil die meisten Menschen gar nicht diese Informationen haben und wenn sie sie haben, ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass sie das nicht in ein kostenloses YouTube Video verpacken. Ganz klare Sache, dementsprechend wünsche ich mir aber auch hier, dass du gerne wirklich mal alle Ableckungen ausschaltest, das Video hier nur schaust mit Stift und Papier, da wirklich aktiv mal mit diesem Video mitarbeiten, weil dann werden sich extrem, wenn nicht sogar alle Puzzleteile lösen, die du noch im Chart hast oder die es generell im Chart gibt. Das sind große Worte, aber ich möchte diesen großen Worten auch Taten folgen lassen. Dir ist bestimmt aufgefallen, oder spätestens jetzt, wenn beispielsweise Bitcoin pumpt im Kryptomarkt, dann ist Bitcoin meistens nicht der einzige Coin, der pumpt, sondern ganz, ganz viele Pumpen mit. Dir ist wahrscheinlich auch mal aufgefallen, wenn eine positive Meldung für zum Beispiel den Euro oder für den US-Dollar kommt, dass die Währung in jedem anderen Markt ebenfalls die gleiche Bewegung nachvollzieht. Du kannst da hergehen und sagen, okay, es kann sein, dass dann 1, 2, 3, vielleicht auch 100, vielleicht auch ein paar hunderte Menschen da sitzen und einen Fonds verwalten und dann halt sagen, jeder hat jetzt einen Markt davor und jeder kann jetzt 1000 Lot eröffnen. Und dann in einem Trading Floor eröffnet jede Person in einem anderen Markt 1000 Lot und dann entstehen ähnliche Bewegungen. Das ist eine Überlegung. Die andere Überlegung ist zu sagen, vielleicht sind da Algorithmen, künstliche Intelligenz oder irgendwelche Computer im Spiel, die das Ganze automatisieren. Und ich denke, dass du mit dem zweiten Ansatz deutlich zielführender unterwegs bist, weil wir mittlerweile auch wissen, dass eigentlich ein Großteil des Handels, der an den Märkten stattfindet, sehr stark computergetrieben ist. Also Menschen vielleicht dahinter sitzen zur Beobachtung, zur Anpassung oder auch zur Konzeption von solchen Computern oder Programmen, aber das sind keine Menschen, die, wenn ein Coin pumpt, am anderen Ende irgendeinen anderen Coin dann ebenfalls aufkaufen. Das ist algorithmisch gemacht, weil natürlich auch die Effizienz und die Schnelligkeit bzw. auch die Überprüfung von Parametern und Stellfaktoren nur dadurch geschehen kann. Ja, um zu sehen, pass auf, wie viele Transaktionen brauche ich, um den Preis jetzt von dem aktuellen Preis ein Pip höher zu drücken. Das kann von Menschenhand sehr wahrscheinlich nicht so schnell ausgewertet werden, als wenn ein Computer innerhalb von ein paar Millisekunden dann eine riesen Datenbank durchstöbern kann und dann entsprechend auch auf neue Daten direkt das Ganze in ein Modell überliefern kann. Warum ist diese Information wichtig? Diese Information ist extrem wichtig, damit wir verstehen, warum und wie Märkte sich bewegen. Weil wir sagen halt immer, ja, Institutionen und Banken sind die, die die Märkte bewegen, aber das sind ja nicht Bankmanager. Das sind ja nicht nur die Trader, die da die Märkte bewegen, sondern das sind entsprechend von diesen Menschen, die diese Verantwortung tragen, entsprechende Programme und Algorithmen, die auf die Märkte ausgebreitet werden, um dann entsprechend in einer deutlich höheren Schnelligkeit, einer deutlich höheren Effektivität und Effizienz die Märkte dann auch entsprechend so zu handeln, wie sie gehandelt werden. Und das bringt für uns einen ganz, ganz wichtigen Punkt mit sich, dass wir halt sagen, wir müssen Märkte nicht nur als Mensch verstehen, wir müssen auch Märkte als Menschen verstehen, die damit ein Programm entwickeln. Und ich bin definitiv kein Informatiker, das weißt du und das wirst du auch in meiner Erklärung feststellen. Ich habe aber ein Verständnis für Zahlen und habe auch ein Verständnis dafür, wie beispielsweise Programme funktionieren können. Wir alle kennen den binären Code 01001001001, ja. Wir alle kennen vielleicht auch Excel und für die, die schon mal ein bisschen mehr mit Excel gearbeitet haben, wissen auch, wie Excel funktioniert, nämlich Zellbezüge, absolute oder relative Zellbezüge, dann werden entsprechend Zahlen genutzt und dann gibt es verschiedene Funktionen. Und eine Funktion ist beispielsweise die Wenn-Dann-Funktion, ja. Die sogenannte Wenn-Dann-Funktion, ich weiß nicht, ob das der offizielle Begriff ist, aber du kannst durch eben diesen Befehl in der Excel-Zeile kannst du halt sagen, wenn zum Beispiel Zeile C größer als 1 ist, dann machst du eine andere Zelle grün. So, und diese Zelle C ist wiederum das Ergebnis von einer Summe beispielsweise, ja, von einer Summe von 1, 2, 3, von den Feldern hier oben, ja, erstes Feld, zweites Feld, drittes Feld. Das heißt also, C ist die Summe von 1, 2, 3. Und wenn C jetzt über 1 ergibt, dann wird eine andere Zelle grün dargestellt. Jetzt kann es zum Beispiel sein, dass du hier 1, 1, 1 einträgst, ja, 1, 1, 1, die Summe wäre dann 3, 3 ist größer als 1 grün. Es kann aber auch sein, dass du hier minus 1, minus 1 und 0 einträgst, dann ist die Summe minus 2 und dann ist das hier nicht grün. Dann kommt hier eine Fehlermeldung oder du hast einen anderen Befehl da noch auf. Das heißt also, was bei Excel sehr, sehr gut genutzt werden kann, ist, dass du sehr schnell über den Computer Ergebnisse berechnest und eine andere Zelle, eine andere Zeile darauf beziehst und sagst, je nachdem, was hier rauskommt, will ich, dass etwas anderes hier und da rauskommt, ja, und dann will ich das zum Beispiel gekennzeichnet haben oder geordnet haben oder dies, das, das. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Was bedeutet das oder warum hilft uns Excel beim Verständnis von Märkten? Es ist relativ simpel, wenn wir uns das mal überlegen. Märkte, vor allem Kerzen, haben Hochkreise, Tiefpreise, Eröffnungspreise, Schusspreise. OHLC, Open High Low Close. Und das sind Werte, die sich im Nachhinein nicht mehr verändern lassen. Und das ist auch gut, weil das sind Werte, die absolut sagen, Was ist passiert? Im Trading haben wir zwei Probleme, beziehungsweise zwei Herausforderungen. Absolute Werte lassen sich nicht mehr verändern. Das ist die erste Herausforderung, das ist eine gute Herausforderung. Und wir haben, die schlechte ist, wir haben relative Bezüge. Was bedeutet, mit der Veränderung des Preises verändert sich auch der Wert. Gleitende Durchschnitte haben beispielsweise, wenn sie rollierend sind, oder wenn es, ja, gleitende Durchschnitte sind, haben den Faktor, dass mit jedem neuen Punkt, mit jedem neuen Preis, der reinkommt, der letzte rausfällt und eben dieser Graph angepasst wird. Je nachdem, ob der Preis höher oder tiefer steht. Was bedeutet diese sogenannten Lagging Indikatoren, also die nachziehenden Indikatoren? Die berufen sich immer nur auf vergangene Preise, wodurch entsprechend die vergangenen Preise niemals einen Grundsatz für zukünftige Preise bilden können. Das kann nicht funktionieren. Indikatoren, die zukünftige Preise angeben, nutzen Ähnliches und nutzen das als Modell, um zu sagen, jetzt hat der Preis in den letzten Bewegungen dies und das gemacht und deswegen Projektion kann der Preis möglicherweise hier stehen. So kommen auch diese Indikatoren zustande, die dir häufig immer diese Pfeile anzeigen, wo der Markt genau dreht. Im Nachhinein, im Screenshot angezeigt, sieht das aus, als wenn quasi dieser Pfeil oder dieses Fraktal, was entstanden ist, dir genau den Tiefpunkt angegeben hat. Während der Markt sich aber bewegt, springt der Pfeil von hier und springt dann weiter hier hin und wenn der Markt jetzt weiter geht, hier hin, bis der Markt dreht und dann bleibt er hier unten. Und das ist ein Problem, was ganz, ganz viele Menschen eben auch erstmal schmerzlich feststellen mussten, weil sie dachten, sie haben endlich den Indikatoren gefunden. Was also bedeutet, mit neuen Preisbewegungen verändern sich halt teilweise auch Datensätze beziehungsweise Ergebnisse von Datensätzen, wie wir in dieser Excel-Tabelle 1, 2, 3 dann Ergebnis in C haben und dann eine Wenn-Dann-Funktion in einem anderen Feld, was sich darauf bezieht. Ja, das verändert sich, je nachdem, was 1, 2, 3 ist. Und dadurch, dass 4 dann dazukommt und 1 wegfällt, verändert sich das die ganze Zeit. Das heißt also, wie willst du dadurch eine vernünftige Projektion in die Zukunft übernehmen? Das funktioniert nicht, das geht nicht. Was du aber in diesem Konglomerat und Informationen machen kannst, ist, auf absolute, nicht mehr veränderliche Werte eine Entscheidung berufen. Und das haben wir bei Excel beispielsweise auch. Das nennt sich absoluter Zellbezug oder relativer Zellbezug. Du kannst bei einem relativen Zellbezug sagen, wenn du beispielsweise 3 Felder hast und diese 3 Felder so je einzeln markierst, ja, dann kannst du die halt mit einem Befehl hier markieren und kannst dann halt sagen, pass auf, das hier, hier unten will ich das Ergebnis haben und ich will jetzt, wenn ich hier diese Zeile runterziehe, dann sehe ich zum Beispiel, dass ich in meinem Befehl einen relativen Zellbezug von 3 Zeilen hier habe. Was bedeutet, wenn ich das Ergebnis runterziehe, hier durch eine Funktion, dann kommt die 4. Zeile dazu, die erste fällt aber weg. Das ist relativ. Damit verändert sich das. Ich kann aber auch einen absoluten Zellbezug sagen und kann halt sagen, pass auf, egal was hier ist, egal was hier für Zahlen rauskommen, ich habe eine Zelle und die nenne ich jetzt einfach mal mal 3 und egal was ist, egal was hier für Zahlen reinkommen, ich will das absolute, also ich will das relative Ergebnis, was wir haben, mit einer absoluten Zahl mal 3 multiplizieren. Das heißt, egal was dabei rauskommt, das kann zum Beispiel sein, dass du sagst, wie deine Woche gestaltet ist und du willst hier tracken, wie oft du zum Beispiel an einem Tag Sport gemacht hast. Zum Beispiel 30 Minuten am Tag hast du Sport gemacht und willst jetzt aber sagen, du machst nur einmal in der Woche Sport und willst das aber hochrechnen, was das bedeuten würde, wenn du jeden Tag Sport machen würdest. Dann könntest du 30 Minuten immer mal wieder für eine Woche verändern, aber hast den absoluten Zellbezug mal 7, weil du halt sagst, theoretisch das 7-fache, also einmal am Tag, könnte ich das machen, dann würde hier 210 rauskommen. Und wenn du jetzt hier nur einen Tag 15 Minuten gemacht hast, die anderen Tage gar nicht, dann könntest du hochrechnen mit dem Modell und sagen, okay, ich hätte jetzt hier insgesamt 105 Minuten in dieser Woche gemacht. Das heißt also, wir haben auch unveränderliche Werte und diese Punkte, die wir hier oben haben, OHLC, die sind unveränderlich. Und warum ist das wichtig? Wenn du dir jetzt überlegst, worauf können Algorithmen ihre Entscheidungen beziehen, wenn es relative Faktoren gibt, die sich immer wieder ändern und absolute Faktoren. Wenn du beispielsweise an einem Montag da sitzt und da sagst, ich will die letzte Woche auswerten, dann beziehst du dich auf die Zahlen der letzten Woche und wirst am Montag die Entscheidung treffen können aufgrund der letzten, oder der vergangenen Woche. Das sind absolute Zahlen, die sich im Nachhinein nicht mehr ändern. Es sei denn, du nutzt einen relativen Bezug, der halt sagt, ich nutze einen RSI, der nur die letzten 14 Tage betrachtet. Was sich immer und immer wieder durchziehen und verändern kann. Was sich aber nicht verändert ist, der Wochenhochkurs, der Wochentiefskurs, der Eröffnungskurs und der Schlusskurs. Warum hilft das? Das hilft im Verständnis zu entdecken, Institutionen und Banken, die Algorithmen benutzen, Algorithmen, die ein neurales Netzwerk, also die ein Netzwerk von Zahlen benutzen, die auf bestimmte Anzahl von Kerzen vielleicht terminiert sind. Die nutzen absolute Zahlen, um Entscheidungen zu treffen. Denn was passiert hier im Euro-CHF? Wir haben hier einen Liquiditätsübergriff und den kennen wir alle sehr, sehr gut. Vor allem arbeiten wir mit dem sehr, sehr gut, weil wir verstehen, hier drüber liegt Liquidität in Form von Stop-Loss oder in Form von geplanten Breakouts, weil wir ja hier höhere Tiefs bekommen und deswegen Breakout vielleicht nach oben. Ja, der nächste Punkt ist, der fälschlicherweise angenommen werden kann. Okay, wir haben jetzt hier den dynamischen Widerstand gebrochen, und deswegen kriegen wir jetzt hier die Bewegung nach oben. Was schon mal auffällig ist, der Markt testet den Bereich hier an, testet dieses Level hier an, testet ihn hier an und bricht dann wieder durch. Und da schließt sie wieder vor der Frage, kann ich jetzt Trendlinien benutzen, funktionieren Trendlinien überhaupt, oder ist das absoluter Unfug? Und die Sache ist, so wie du wahrscheinlich gelernt hast, Trendlinien zu nutzen, so funktioniert es nicht. So kann es nicht funktionieren. Und dementsprechend werden wir jetzt hier die Lösung erarbeiten und die Lösung liegt genau dort, was wir gerade eben einleitend schon besprochen haben, nämlich in der Darbietung der Zahlen, die nicht mehr veränderbar sind, die eingespeist werden können in einen Computer, wie eine Excel-Tabelle, wo wir relative Faktoren betrachten, wie gleitende Durchschnitte oder auch ein RSI, der Zeitperioden betrachtet, aber halt auch ganz klar sagen, was bringt eine Zeitperiode, die von hier bis hier läuft, wenn ich aktuell in dieser Woche hier hänge. Denn was ist der Faktor, was ist das Wichtige, was hier stattfindet? Hier sitzen ja nicht Menschen, drücken den Preis nach oben, sitzen dann da, kommen von der Mittagspause zurück und sagen, okay, jetzt haben wir ja um die Liquidität geholt, jetzt verkaufen wir wieder. Wenn das von Menschenhand wäre, dann wäre das Ganze viel zu ineffizient, viel zu ineffektiv und hätte auch eine viel zu große Wahrscheinlichkeit für Fehler, für menschliches Versagen, für Fehlinterpretation. Und das heißt, das Ganze wird sehr wahrscheinlich und sehr augenscheinlich nur durch KIs, durch Computer oder durch Algorithmen übernommen. Was ist eine Funktion, die ein Algorithmus übernehmen kann? Und dafür springen wir mal kurz aufs Blackboard. Ich mache es dunkel, einfach für den besseren Kontrast, für das bessere Erkennen. Jetzt haben wir hier eine rote Kerze und haben hier unten vielleicht den Schatten bis hier unten. Dann haben wir schon mit unserem Vorwissen gelernt, dass hier ist so diese Price Action Grenze, so eine mögliche Baseline, woran der Markt reagieren könnte. Jetzt haben wir die nächste rote Kerze, ja, die ist hier und dann geht die vielleicht noch ein bisschen weiter runter, geht wieder hoch und schließt jetzt hier und hinterlässt hier unten seinen Schatten. Was bedeutet das für einen möglichen Algorithmus? Einfach mal rein von der Datenverarbeitung her, welche Informationen werden eingespeist? Die Informationen werden eingespeist, wir haben ein Lower Low, also wir haben ein tieferes Tief bekommen als Tiefspreis. Wir konnten aber nicht darüber und darunter schließen. Das heißt also, was in einem Algorithmus eingespeist werden kann, ist diese Zahl hier, die beispielsweise 10 ist, dann haben wir hier diese Zahl, die 5 ist, hier oben 0 und hier von mir aus minus 5. Dann werden diese Zahlen eingespeist, nämlich wir haben innerhalb von einer Zeitperiode im Tag, dann hast du hier eine Tabelle für Tag, hast du Punkte, ganz viele Punkte, du hast minus 1, minus 2, 1, 4 und so weiter, alle Zahlen, aber du hast nicht mehr veränderliche Zahlen, die markant für diesen Tag sind und das ist ein Hochpunkt und der kann eingezeichnet werden, den Eröffnungspreis, den Schlusspreis und den Tiefspreis und die können markiert werden und die können als mögliche Handelsgrundlage für den neuen Tag dastehen, indem dann halt gesagt wird, am nächsten Tag haben wir als Tiefpunkt hier die neue Tabelle minus 12, haben wir 12 erreicht, sorry, hier unten 12 erreicht, aber Schlusskurs 10 und welchen Preis haben wir noch erreicht, wir haben bei 5 gestartet und haben 2 erreicht, hier oben. Heißt für uns jetzt also, aus Sicht der KI, wir haben versucht runter zu gehen, Liquidität ist in den Markt gekommen, ob durch uns, ob durch andere Banken, ob durch Retailers, das können wir nicht immer ganz genau wissen, auch als Bank kannst du das ja nicht immer wissen, ob das jetzt eine andere Bank war oder ob das einfach irgendein Lottogewinner war, der jetzt sagte, komm, alles oder nichts, aber du siehst, das Ende des Tages hat gezeigt, wir konnten nicht darunter schließen, was bedeutet, die Verkaufspositionen, die in den Markt gekommen sind, hier, die den Markt offensichtlich von 2 nach 8 zum Beispiel hier manipulieren konnten oder drücken konnten, ist das bessere Wort, die haben es aber nicht geschafft, diese Anzahl der Verkaufspositionen haben es nicht geschafft, auf 12 zu schießen. Was geht in den Markt aus diesen beiden Informationen? Hier kam Liquidität in den Markt, hat auf 10 gedrückt als Minimum, hier kam Liquidität in den Tag, hat auf 12 Minimum gedrückt, aber bei 10 geschlossen, genauso, was hier der Tiefpunkt war. Was bedeutet, wenn jetzt die nächste Kerze kommt und die nächste Kerze am nächsten Tag wieder einen Puls nach unten liefert und wieder nicht darunter schießen kann, dann wird für die KI eingespeist, wir haben einmal, zweimal tiefere Preise erreicht, haben aber nicht darunter geschlossen. Was bedeuten kann, Liquidität da unten ist zu groß, zu viel Kaufvolumen kommt da rein, vielleicht absorbiert eine Bank diesen Preisbereich, um selber Kaufpositionen reinzunehmen. Am Ende dieses Tages, wo der Preis nicht darunter schließt, kriegt die KI das Ergebnis ausgewertet und sagt, zwei Tage beispielsweise nicht darunter geschlossen und das ist eine absolute Zahl, die von einem Computer zum Beispiel ausgewertet kann mit einer Wenn-Dann-Funktion, wenn zwei Tage, ja, zwei Tage und zwei Tage können durch 24 H1-Datensätze oder halt 6 H4-Datensätze ausgewertet werden oder ausgewertet werden, wenn zwei Tage nicht unter 12 geschlossen, dann Verkaufspositionen schließen und was bedeutet, Verkaufspositionen schließen, du musst dich eindecken mit einer Kaufposition, der Markt geht weiter nach oben und mit diesem Verständnis, wenn du das wirklich nachvollziehen konntest und wirklich verstanden hast, garantiere ich dir, wird sich dein gesamtes Trading um 180 Grad wenden. Ich werde im nächsten Video nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, wie sich das Ganze auch im Markt auswirkt und wie du jetzt tatsächlich mit diesen Informationen sorry, ich sitze halt wieder davor und wie du mit diesen Informationen tatsächlich besser Preisbereiche oder sogar auch Unterstützungslevel einschätzen kannst will dir aber auch ganz klar sagen, wenn du an die Hand genommen werden möchtest und das Ganze deutlich intensiver und deutlich nachvollziehbar und mit Beispielen haben möchtest, das ist halt Gegenstand unserer Ausbildung, weil du siehst halt, das sind Informationen, die wirst du wahrscheinlich nicht vorher bekommen haben, das sind auch Informationen, die ich nicht einfach so und kostenlos und einfach von heute auf morgen bekommen habe, da steckt viel Zeit und viel Energie drin, das Ganze in ein YouTube-Video zu packen, was 20 Minuten dauert oder ein bisschen weniger, hat mich nicht 20 Minuten gekostet, sondern hat mich 12 Jahre gekostet. Wir sehen uns im nächsten Video und wir sehen uns im nächsten Video Untertitelung des ZDF, 2020